Wir von Cigna wissen nur zu gut, dass Wohlbefinden mehr erfordert als körperliche Gesundheit. Deshalb haben wir die Cigna Wellbeing App entwickelt. Sie bietet Ihnen individuelle Serviceleistungen, die Sie darin unterstützen, Ihre eigene Balance zu finden und zu lernen, wie Sie Ihrem Körper und Geist Gutes tun können. Gesundheit hat viel zu tun mit gesundheitsfördernden Gewohnheiten im Alltag, die uns das gute Gefühl geben, den zu unseren Zielen und Aktivitäten passenden Lebensstil zu pflegen, um uns innerlich wie äußerlich besser zu fühlen. So schnell und einfach geht es. Als ersten Schritt empfehlen wir Ihnen unsere Online-Analyse zu Gesundheit und Wohlbefinden per App zur Beurteilung Ihres aktuellen Gesundheitsstatus und Ihrer Lebensgewohnheiten. Anhand der Ergebnisse stellen wir Ihnen ein individuelles Beratungs- und Online-Programm zusammen, mit dem Sie Ihre persönlichen Ziele im Blick behalten können und sich mit jedem Tag besser fühlen. Ein vertraulicher Service, auf den Sie über Ihr Mobilgerät jederzeit und überall sicheren Zugriff haben. Tagtäglich rund um die Uhr. So sind Sie zu Hause wie auch im Ausland niemals alleine, wenn es um Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden geht. Ein Schritt, der Ihr Leben verändern kann. Jetzt die Cigna Wellbeing App herunterladen und Ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen.